Also das ist meiner Meinung nach eine chemische Wolke, da hinten. Da ist davor eine Regenwolke. Das ist zur Gänze eine Regenwolke. Das ist auch eine Regenwolke, da hinten auch Regenwolken. Das da hinten ist auch eine Regenwolke. Da hinten steht das oberhalb, höchstwahrscheinlich eine Chem-Wolke. Da hinten, das alles sind wasserhaltige Regenwolken. Seht ihr den Unterschied, wie eine Regenwolke aussieht und wie eine Chem-Wolke aussieht? Oder gar da hinten, das ist auch eine chemische Wolke. Nicht eine Regenwolke.